ja welches produkt mein gott sagen wir doch mal bescheid 75 dollar profit ach du scheiße und ich ach du scheiße das ist mal direkt schade also wo ist das noch mal Das Klein Approach. Das ist ein Schmaßmaßnobesteller. hier aus ich bin ich so gut ich bin ich so könnte man noch mal kaufen und weiß und dann war es das für heute ich bin total hart drauf noch schnell gucken ob das was richtig ist sieht es direkt los hier jup, alles klar trotzdem mal los ich dann action rost ich seh gleich das meiste laufen und so aufschrei und knetterfest sind alle froh und aus der fest ein spannendes bergfest bisher nehme ich ihn hier schon weiter da haben wir glaube ich schon wochenende technisch gesehen hallo ein bierchen Oh, du willst wissen, ja? Ja. Ja, das bleibt schön. Ja, das ist schön. Ja, das ist schön. Oh, das Bier geht auf jeden Fall. Warte, bisschen Säure. Den Seiten verwahrt. Oh, das muss ich. Jetzt muss ich ein Reallabel wird, ich kenne eine Ansteller, weil ein anderer von viel weiter weg am Anlauf ist. Der Öfft haben wir. Mäuschen! Na, alles strammt mit dir. Also jetzt ganz genau. B-Tune-Fisch. B-Tune-Fisch. Selbstbedienungskasse. B-Tune-Fisch. B-Tune. B-Tune. Okay. It's good. Hi. Amig, wie ist die Lage? Ich war gern mit Kartenzahlung bei dir. Oh, je, je. Oh, je, je. Oh, je, je. Uh. Ja. Hammer. Jetzt ist tatsächlich das Pfeffer. Ich glaube es gar nicht. Tsch. Die Falte. Jetzt kommt mal auf das Komme. War so klar. Ich bin ein bisschen kleiner. Das ist nicht... Naudu? Naudu? Naudu, ich mag es... Vielen Dank. Ja, ich karte momentan eher auf Sparflamme in, damit wir uns die Ladenerweiterung holen können. Zweimal die Hand, probiere ich, dass ich alles wieder auf absolut voll habe. So, das müsste jetzt gewähnt werden, oder? Ja, welches Produkt, Alter, Schwede? Ich kann ja jetzt jedes Produkt da durchgehen. Fleischmittel hoch, Fleischmittel, Kartoffelpüree, Müsli, Puderzucker. Fleischmittel hoch, Fleischmittel, Kartoffelpüree, Müsli, Puderzucker. Äh, das Äh, fettchen. Scheiße. So, Computerbefragen, Müsli, Puderzucker. Fleisch, Fleischmittel haben wir doch, oder? 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 Ich glaube da sieht etwas aus. Ja, gut. die gehen hier bekanntlich auf jeden fall ach du kacke bei , 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 der geht denn jetzt so gut und ich kaufe ich denn jetzt sind allzu oft das bin ich jetzt einfach mal dann war noch milch und ich glaube die rechnung wenn scheiße na guter uhrzeit aber bestimmt so ab geht's was bester hat und also mehr ja gibt auch sowas wie sprachnachrichten was wir heute erwirtschaftet kriegen 31 40 7 9 10 10 10 11 10 11 11 12 16 18 17 er ist der schmalz locker ist ja ich gucke mal ob ich irgendwo pomat ins programm kriegen muss ja es läuft natürlich nicht schnell kass ja das ist glaube ich höchst rechnen die ich jemals als durch sprach nicht jemals abgezogen an der fraktion jeder einkaufen ist mir wichtig nein 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 was einfach nur anständig die hau schneide beziehungsweise mit schneide da gebe ich dir voll die wohltag direkt viel zu groß da 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 die akusa danke oh alter legt nur papier nur dann ist das schon wieder alles dankeschön bei dir mag ich mag ich noch mehr natürlich mag ich ja solche einkaufen versuchen ja nicht wie das bier immer so zwischendrin versteckelt das bier immer so zwischendrin versteckelt was ausgeweilen gut zu besagen. Danke. Ich habe es hier definitiv nichts zu spät als Meus hier. Und so ist es vorbei. Atem, 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 Atem. Atem, Atem. Gute Zucker. Gute Zucker. Ja, ich habe sie mitgebracht. Gute Zucker. 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 Dann machen wir hier mal ein Häkchen dran und ihr wisst, Daumen fände ich cool, Daumen runter, ihr wisst, da geht es rund hier. Kommentare, ja selbstverständlich Kommentare, da unten oder per discord.de, wo man sich natürlich besser unterhalten kann. Und ansonsten, ihr wisst ja, wenn ihr nichts verpassen wollt, abonniere und Glocke drücken und bin gespannt, ob das für den Algorithmus reicht. Alles klar, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen. Tschüssi.